Bhagavad Gita, Vers 3.43 Wenn man also weiß, dass man transzendental zu den materiellen Sinnen, dem Geist und der Intelligenz ist, sollte man das niedere Selbst durch das höhere Selbst beherrschen und auf diese Weise durch spirituelle Stärke diese unersättliche Feindin die Lust besiegen. Erklärung Dieses dritte Kapitel der Bhagavad Gita führt logisch zum Krishna-Bewusstsein, indem man sich als der ewige Diener des höchsten persönlichen Gottes erkennt und nicht die unpersönliche Lehre als das endgültige Ziel betrachtet. Im materiellen Leben wird man mit Sicherheit von der Lust und dem Verlangen beeinflusst, die Reichtümer der materiellen Natur zu beherrschen. Das Verlangen nach Herrschaft und das Begehren von Sinnesgenuss sind die größten Feinde der bedingten Seele. Doch durch die Stärke des Krishna-Bewusstseins kann man die materiellen Sinne, den Geist und die Intelligenz beherrschen. Man sollte seine Arbeit und seine vorgeschriebenen Pflichten nicht plötzlich aufgeben. Doch wenn man allmählich Krishna-Bewusstsein entwickelt, kann man durch stetige Intelligenz, die auf die reine Identität gerichtet ist, in einer transzentralen Position verankert werden und wird nicht mehr von den materiellen Sinnen und dem Geist beeinflusst. Das ist die Essenz dieses Kapitels. Philosophische Spekulation und künstliche Versuche, die Sinne durch sogenannte Yoga-Praktiken zu kontrollieren, können den Menschen nicht helfen, spirituelles Leben zu erlangen. Er muss durch höhere Intelligenz im Krishna-Bewusstsein unterwiesen werden. So enden die Erklärungen Bhaktivedantas zum dritten Kapitel der Srimad Bhagavad Gita, genannt Karma-Yoga.